Und ich sage herzlich Willkommen zurück in diesem U-Boot Bunker vom V-Out 4. So jetzt gehe ich hier mal in das U-Boot. Das Schiff. Jawohl. Unbedingt. Und was gibt es in dem Schiff? Oh, jo. Klar. Und das ist der Beichtvater, Junge. Das ist die Brücke. Ah, ich habe schon von unserem neuen Mitglied gehört. Willkommen, Bruder. Wie fühlt es sich an, seinen Platz unter Atoms Auserwählten einzunehmen? Ganz schön. Ah, sie. Atoms Auserwählte? Dieser Ort. Der Nukleus. Die Insel. Atom hat ihn beansprucht. Für uns. Seine Auserwählten. Ja. Alles. Bis auf eine verdammte Ecke. Du warst also schon in Farhaber, ja? Hast die Barrieren gegen Atoms heiligen Nebel gesehen? Die ketzerische Weibung der Bewohner, sein Reich zu verlassen. Das heißt, ich habe das mal nachgeguckt. Was würdest du mit so einem Ort tun? Oh. Und zwar ist das eventuell, also wenn, also, es gibt einen Ort, der heißt Barhaber und der liegt auf Main, oder, ja, gehört zu Main. Und ich nehme mal an, die meinen da. Also das ist im Prinzip, das Schild ist halt nicht erkennbar, deswegen haben die halt Farhaber gemeint. Das ist eigentlich Barhaber und das ist Main. Wenn das alles ist! Ist Farhaber wirklich so schlimm? Ja, Bruder, ist es. Jahrelang bettelte mein Vorgänger um Frieden, während Farhaber mehr und mehr zu einer Bastion der Ketzerei wurde. Wir wollten ihnen helfen, ihnen Atomslicht hängen. Klöbi, kann ich nicht leihen, oder? Viele der unseren bezahlten dafür mit dem Leben. Das ist so fanatischer. Aber jetzt, da ich Urbeichtvater bin, sind diese Zeiten vorbei. Alle von Atoms Feinden. Ob Farhaber hinter diesen ach so wertvollen Kondensatoren. Oder der alte Roboter, der seine Erinnerung in unserem Heim versteckt. Sie werden erkennen, dass Atom der alleinige Herrscher über diese Insel ist. Aber nur durch Einheit können wir Erfolg haben. Atom erwartet von all seinen Kindern. Unbedingte Hingabe. Akzeptiere das, und du kannst es hier weit bringen. Und brauchst du noch irgendwas anderes? Ah. Würdest du mir ein paar Fragen beantworten? Aber gerne doch. Was möchtest du wissen? Was ist mit dem hohen Beichtvater vor dir passiert? Morten? Das weiß niemand. Er schlief in seiner Kammer im Schiff, und am nächsten Morgen war er einfach verschwunden. Die anderen Fanatiker haben nach ihm gesucht, aber ohne Erfolg. Es würde mich nicht wundern, wenn er nach Farhaber gegangen oder nach Süden geflüchtet wäre. Seine treue Atomgegenüber war fragwürdig. Er hat nichts unternommen, als in Farhaber einer unserer Missionare exekutiert wurde. Ich würde also sagen, es ist gut so, dass er verschwunden ist. Natürlich. Wollen wir das? Was ist diesem Missionar zugestoßen? Etwas Abscheuliches. Schauf ich doch. Unser Bruder Andrews wollte dem Nebel trotzen, dieser schrecklichen Stadtatoms Licht bringen und die Heiden an ihre Übertretungen erinnern. Wie ich hörte, hat er kaum ein Wort gesprochen, bevor sie ihn kaltblütig ermordeten. Wegen nichts weiter als seiner Hingabe. Bestien. Auf der Insel herrscht eine hohe Strahlung. Warum werden die Leute nicht krank? Einige werden es. Aber die meisten sind seit der Geburt mit einer Verbundenheit zum Leuchten gesegnet. Für uns ist es nicht mehr als ein Sommerregen, Arm und Angelegen. Mehr sind die nämlich auch nicht hier, diese Psyche. Das ist der Grund dafür, dass ein Ort wie diese Insel für seine Kinder gedacht ist. Andere verenden Elend, während wir geduldig auf die Spaltung warten. Ja. Was kannst du mir über die Spaltung erzählen? Atoms größtes Geschenk. In uns stecken Milliarden unsichtbare Welten, die darauf warten, von seinem Leuchten berührt und durch Spaltung wiedergeboren zu werden. Während des großen Krieges wurde es vielen zuteil, auch wenn ihnen das nicht klar war. Aber inzwischen ist es oft ein langsamer Prozess. Nur durch jahrelange Einwirkung lässt er sich abschließen. Wir alle sind hier, um in unserem Leben die Spaltung zu erfahren. Ganz gleich, wie lange es dauert. Hast du sonst noch Fragen? Ich habe gehört, die Kinder wären für den Nebel verantwortlich. Stimmt das? Natürlich. Den Nebel gab es bereits vor unserer Ankunft, sicher. Aber damals trat er nur gelegentlich auf. Aber dank unseres Glaubens, unserer Hingabe der Familie gegenüber, ergriff Atom die Insel. Natürlich. Nahm mehr... Wie seid ihr an diesen Ort gekommen? Wir wurden vor vielen Jahren hierher geführt, nachdem wir aus Far Harbor verbannt wurden. Der erste von uns, mein Vorgänger Martin, und ich gingen auf Geheiß von Atoms großen Propheten, Weichtvater Cromwell, nach Norden. Als wir aus dem Ötland der Hauptstadt hier ankamen, gab es einige Seelen, die offen für Atoms Botschaft waren. Anna, der Archimist, war früher die Ärztin von Far Harbor, bevor sie das Licht fand. Aber die meisten hielten uns für eine Bedrohung. Wir wurden aus der Stadt in die Wildnis gejagt. Wir kamen gerade so mit dem Leben davon. Einige von uns waren danach nie wieder so wie früher. Wir haben nur dank Atoms Gnade überlebt und endlich diesen Ort gefunden, den wir nun unsere Heimat nennen. Im Moment war sonst nichts. Atom, sei mit dir. Wo erweicht, Vater? Hallo, mein Kind. Benötigst du etwas? Ich würde der Familie gerne helfen. Kann ich irgendwas tun? Voller Eifer. Es gibt da ein Mitglied in unserer Mitte, das ist schon länger Verdächtige. Meine eigenen Nachforschungen waren ergebnislos. Aber du bist neu hier. Das macht es dir leichter, die Wahrheit herauszufinden. Ich möchte, dass du Nachforschungen zu dieser Person anstellst. Solltest du Beweise für Ketzerei oder Illoyalität finden, bring sie sofort zu mir. Illoyalität, das ist ja. Dass man dir trauen kann. Und du wirst belohnt werden. Du hast eine Belohnung erwähnt? Es gibt ein Relikt. Eine heilige Kapuze, die ich... Eine Kapuze? Ja! Und du alles zu meiner Zufriedenheit erliffst. Klingende Münzen, mein Freund. Klingende Münzen. Gehört sie dir? Wonach genau soll ich suchen? Handfeste Beweise für jegliche Intrigen gegen mich oder die Familie. Oder Respektlosigkeit gegenüber Atom. Solche Vergehen dürfen nicht zugelassen werden. Ja. Ist doch gut wie erledigt. Wunderbar. Bring alles, was du herausfindest, direkt zu mir. Hier, die fragliche Person. Du musst sehr gründlich vorgehen. Das ist deine Chance, dich atomisch zu machen. Atom zu beweisen. Hallo, Junge. Entschuldigung. Hoher Beichtvater. Gepriesen sei Atom, mein Kind. Brauchst du etwas? Lauer oder nicht. Muss sonst noch was erledigt werden? Ich warte noch auf die Ergebnisse deiner Nachforschungen. In Ordnung. Ich habe diese Ikone gefunden. Der Großfanatiker meinte, du hättest Interesse an ihr. Ist das die Mutter? Es stimmt also. Du hast die Mutter des Nebels gesehen? Viele Kinder des Atoms hoffen ein Leben lang auf einen derartigen Segen. Natürlich. Offenbar erwartet Atom großes von dir, Kind. So wie ich auch. Also, gab es sonst noch etwas? Was kannst du mir über die Mutter des Nebels erzählen? Die Mutter ist eine der verehrtesten Botinnen Atoms. Vor vielen Jahren, als wir aus Farhaber vertrieben wurden, hat sie uns durch die Wildnis zu diesem Heiligtum geführt. Wenn sie nicht gewesen wäre, hätte es uns vielleicht alle erwischt. Das wäre besser gewesen, ehrlich. Du solltest dich geehrt fühlen, dass sie ein solches Interesse an dir hatte. Natürlich. Ich fühle mich so geehrt. Erstmal nicht. Atom, behüte dich. Alter. Schöne. Sei respektvoll. Du wandelst durch heilige Hallen. Fehler für das Völler-System. Rakete aktiv. Besteht du mit Schotschuss hervorlich? Ach du Kack. Okay. Vorsicht, wir kriegen Strahlung ab. Was Kruft, meine? Diesen heiligen Gefäß. Denk an die Oper unserer Friere. Unsere Erinnerung. Unsere Sündes. Böse, Verhaber. Ah ja. Kruft vor allem. Der Reaktor. Das ist die Kruft. Klar. Oh. Und was ist das? Wenn du die Kruft suchst, bist du hier falsch. Ich kümmere mich um alles. Wenn du was anfasst, reiß ich dir ein Bein aus. Kapiert? Was soll die Kruft im U-Boot? Habt ihr nicht die ganze Basis? So bleiben unsere Gefangenen in der Nähe seines Leuchtens und der Familie. Gefallen in die Gefangenen, Jura. Verbringen. Eine wahre Ehre. Für wenige. Was kannst du mir über das U-Boot erzählen? Hat nichts abgefeuert, wenn du das meinst. Hat es während der großen Spaltung nicht mal aus der Bucht geschafft. Gut so. So ist es für uns erhalten geblieben. Große Spaltung? Was ist das? Atomsgroße Spaltung? Vor 200 Jahren wurden tausende Millionen in einer Sekunde wiedergeboren. Sie sind jetzt bei Atom. Inzwischen nehmen wir den Weg mit Ausblick. Sind zudem Leuchtenlänge ausgesetzt. Langsame Spaltung. Mhm. Und die Atombomben? Kann man die nicht benutzen? Der Startschlüssel fehlt und das System kann nicht gehackt werden. Glaubt mir, wir haben es versucht. Jawohl. Warum sollte man jemandem einen Platz in der Gruft verwehren? Du warst da draußen, oder? Dieser Ort ist gefährlich. Ein falscher Abzweig im Nebel? Tut mir leid, Bruder. Für die Familie verloren. Zu nah der falschen Siedlung? Für die Familie verloren. Atom steht dir bei, wenn du Tectis schief anschaust. Du magst Tectis nicht, was? Wer nicht? Der Typ ist ein verdammter... Das ist... Ich mag Tectis. Aber ich... Ich glaube, du solltest gehen. Ach, das ist wohl die alte, die wir untersuchen sollen sogar. Aber wenn das war, das ist ein Zufall. Ähm. Aufgabenliste. Okay, ihr Deppen, aufgepasst! Ähm. Bericht vom Pifi, also ne. Pifi. Groviger. Die muss erinnern. Die ohne Fallzern. Energie-Weapon. Holobrand. Holobrand. Hier spricht... Bray Husky. Achso, ja. Kellogg. Kenwood-Lagerman-Plakat. Leavis. Mutter-Ikone. Notiz ist oben weit vor, das ist... Albert. Die Gruft. Verzeihung. Ich hab dir nichts mehr zu sagen. Ah. Ist klar. Schöne aktiviert, rum mit mir Fässer da hinten. Also da war er Sausumut größer. Zumindest in der Begeberanfläche. Gehst du in den Nebel? Bei spästermal bekommst du Vorräte. Ganz klar. Ich glaube, du unterschätzt Bruder Alders, Richter, und die Wirkung, die Martin noch immer auf ihn hat. Martin war schwach, genau wie Alders. Aber es gibt einen einfachen Weg zur Wahrheit. Geh mit Alders und Schwester Harper heraus. Sag ihnen, sie sollen ihre Treue der Familie gegenüberweisen. Ich bin sicher, Schwester Harper, weil das können im Gegensatz zu Enders, Taktis, 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 Psycho, ey. Dieser Psycho. Hexen, ja. Ketzer, Hexen, ja. Ich muss auch noch aktivieren. Ach, die hat er unten, die aber. Dingens sind's. Ja. Ach, das ist hier. Ehe. Aha. Da hab ich jetzt hier irgendwas Verdächtiges finden, oder was? Da. Was ist Edgards Notiz? Meine liebe Arbert, du machst dir zu viele Sorgen. Selbst wenn der hohe Beichtvater meine enge Freundschaft mit mir nicht akzeptiert, ist Richter ein Freund. Wenn es ein Problem gäbe, würde er mit dem Kursvernecker sagen. Abgesehen davon sollten wir weiterhin unsere Truhe im Lagerraum nutzen, um Nachrichten auszutauschen. Du weißt, wie schnell sich hier Gerüchte verbreiten. Ich will nicht, dass du in irgendwelchen Intrigen hineingezogen wirst. Und falls dein Schlüssel mal wieder verschwunden ist, habe ich hinter einem Bank im Eingangsbereich der Unkleide einen Ersatzschlüssel für alle Fälle. Ich zähle dir einen Augenblick, bis wir uns wieder sehen. Edgar. Ich höre den Edgars und... Dings truern. Aha. Interessant. Verbotene Liebe am Wort eines Atomreaktors, Schiff, Dings. Ah, schön. Wartig, wieso die direkt hier beim Schlafen praktisch gestorben sind. Technisch sehen keinen Sinn, weil die ja in dem Bunker waren und deswegen eigentlich vor direkter Strahlung. oder ähnlich wie die Schütze anzuhäusen. Deswegen gibt es nicht wirklich viel Sinn für mich, dass sie hier tot sind. Das Schiff an sich aber extrem gut erhalten ist und jetzt nicht wirklich verstreut ist. Hm. Danke. Wir begrüßen...